Hallihallo Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Portal 2 heute sind wir mal wieder alleine was uns aber nicht aufhalten soll unsere heutige Testkammer heißt Yin and Yang oh hört sich vielversprechend an so warum hab ich jetzt da zwei Portale gesetzt egal ich laufe hier gleich mal ein bisschen weiter da lösen sich jetzt sowieso gleich meine Portale wieder auf schaut groß aus Moment lasst uns doch mal ein bisschen durch die Gegend checken da können wir auf jeden Fall schon mal den Cube beziehungsweise den Ball platzieren Moment mal was wollen wir da okay jetzt weiß ich warum die Map so heißt so da können wir uns auf jeden Fall das hier mal nehmen wir das bringt ja gar nicht Moment was bringt das Moment da ist ein Timer so langsam so okay wir können den nein auf jeden Fall hier gleich mal raus schaffen obwohl ich eigentlich gar nicht weiß ob mir das eigentlich was hilft kann ich den da durchschicken ja kann ich was hat das jetzt aktiviert es dreht sich okay Moment was ist wenn ich das jetzt wieder weg mache dann bringe ich mich um genau Moment was hat denn das jetzt aktiviert nochmal dann ist okay da ist die wand verschwunden oder war die nee schmarrn oh da oben ist auch nochmal so ein Punkt Moment vielleicht können wir das auch da hoch lenken den Laser das können wir gleich mal austesten oh au hey kann ich den irgendwie nach oben ne ich kann den nicht nach oben lenken oder oder muss ich den von der anderen Seite nehmen ne funktioniert nicht also ich bringe mich wahrscheinlich jetzt wirklich irgendwie mal um okay dann gehen wir mal da rüber vielleicht gibt es da noch irgendwas zu holen okay wir müssen anscheinend überall diese Bälle drin platzieren damit sich da vielleicht das öffnet Moment können wir da unten eigentlich Portal wenden nein da nicht da können wir Portale setzen okay da oben auch lol oh oh seht ihr das da ist das Ende oh mein Gott so was haben wir denn jetzt hier für eines ah da gibt es nochmal einen Cube da gibt es nochmal so ein Teil was wir benutzen so nicht benutzen können ah okay das da wird wahrscheinlich das auflösen genau dann haben wir den ersten Ball okay ich werde bestimmt zu langsam sein ich sag's euch ja klar natürlich okay aber wir sind jetzt direkt davor einfach nochmal so Numero 1 und den setzen wir doch gleich hier rein merkt man noch nix okay hätte mich jetzt auch gewundert so ist jetzt die Frage ob wir diese ganzen Laserspiegel wieder mitnehmen sollten ne lasst erstmal weiterschauen wir haben vor allem auch den ersten Ball aus dem ersten Raum noch gar nicht kommen wir denn da jetzt da ran ist die Frage ob man das irgendwie ausschalten kann da oben gibt es halt auch so ein Laserteil aber da komme ich nicht hin oder ich habe es einfach noch nicht kapiert wie ich da hinkomme ah Moment Moment ha ich habe ne Idee I got an idea so dafür brauche ich jetzt da nen verdammt nein ok 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 nochmal ich hoffe das ist jetzt richtig gesetzt dann wird da das hier hin huchtig mein Freund huchtig so da ok ah nein es funktioniert nicht ok ich muss den weiter rüber setzen weiter links beziehungsweise weiter rechts damit ich den Winkel da erwische ich glaube ich stelle mich schon wieder total dumm an aber nein kann ich den nicht auch einfach irgendwie gegenüber setzen ne gegenüber kann ich nicht oh warte mal das kann ich auch einfach jetzt machen nein na knapp knapp dann eben ist auch vorbei oh komm schon das machen wir jetzt einfach nochmal manuell da können wir doch bestimmt nochmal ein bisschen was machen nein verdammt oh ne ok one more time falsche richtung ich hätte es lieber ein bisschen gerade platzieren sollen ach komm schon ne falsche richtung oh das war zu weit drüben ach komm schon hab dich nicht so müssen das gerade setzen so jetzt soll ich das ganze nochmal machen Mist 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 egal so zack zack ne zack hä hallo echt das doof es gibt bestimmt einen viel einfacheren Weg warum hab ich den eigentlich rausgenommen Leute ganz ehrlich warum hab ich den überhaupt hier rausgeholt das ist ja schön und gut aber meine Güte ey ich kann man kann sich auch echt anstellen ganz ehrlich so warum machen wir das denn nicht einfach so nein oh komm okay da kann ich ja da kann ich ja da seh ich ja ob ich treff ach ne ah Hilfe bisschen drunter ey komm schon nein ist das nicht weit oben genug bist du nach oben ja jetzt komm stell dich nicht so an ey wie doof ist das jetzt hat na also meine fresse so gib mir den Ball wow hm something went wrong nein hm ok der zweite Ball so und wir nehmen uns gleich mal noch den Cube mit wer weiß für was wir das noch brauchen können auf jeden Fall können wir den da draußen eher gebrochen als wieder drin das war knapp zack ok da hinten geht es auch noch können wir uns den Cube von da drinnen eigentlich auch holen wo war der da war der den können wir uns eigentlich auch holen na 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 ok nein ah aber wir könnten nee schmarrn lassen wir den hier drin wir lenken den Strahl von hier drinnen um haben wir da draußen auch nochmal einen Laser da warum habe ich jetzt sage ich darauf geklickt das war jetzt irgendwie sind los so dann holen uns den Cube was mache ich denn schon wieder sind wir den hier noch gebrauchen können einfach nur mal so Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Da kommen wir, oh Gott. Hallo, Sentries. Wie sie gleich total überreagieren. So, okay. Mal weiterchecken. Das schaut gut aus. Eigentlich eher nicht. Moment. Da oben können wir bestimmt irgendwie hin. Okay. Ich würde gerne da hoch, genau. So, zwei Knöpfchen. Ah, okay. Hm, was bringt mir das? So. Da hole ich mir damit einfach den Ball raus, weil der wird ja dadurch nicht zerstört durch dieses rote Teil. Hüpf. Nein! Den falschen benutzt. Das falsche Portal. Hä? 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 Gott, äh, warum? Okay. Dann halt so. Nochmal. So, und diesmal nicht hier das falsche nehmen. Blau nehmen wir mal. und gelb. Kommt zu Papa. Kommt zu Papa. Kommt zu Papa. Ah! Komm her. So. Brav. Hüpf. Hüpf. Nein. Ach, bleib doch gleich da. Nein! Oh, was mache ich denn? Obwohl, war gar nicht mal so schlecht. Das muss ich nur hier irgendwie wieder rüberkommen. Hüpf. 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 Schafft. Okay. Oh, der Ball schaut ein bisschen angeschlagen aus, wenn ihr mich fragt. Hä? Komm ich jetzt raus? Achso. Okay. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, was tue ich? Okay. Kein Problem. Kein Problem. Da oben ist gar kein Portal. Mist. Okay. Blau. Au. Au. Gelb. Hey! Blau. Und. Gelb. Komm her. Prav. So. Und. Blau. Und. Gelb. Hüpf. So. Und. Und wie du kugelst jetzt wieder weg. Bleib da. Ah. Ah, da, da. Na, Moment. Schnell, schnell, schnell. Bevor der jetzt auf die Idee kommt, hier runter zu fallen. So. Und das ist der dritte. Sehr schön. Da geht's weiter. Beziehungsweise eigentlich eher nicht. So, okay. Was haben wir denn jetzt noch für Möglichkeiten? Mhm. Da kommen wir durch. Da geht's weit runter. Mist. Da komm ich nicht ran. Was denn da unten? Okay, unten ist nichts. Da kann man einfach nur wieder raushüpfen. Okay, das muss man ja irgendwie nützen können, oder? Ah, Moment. Oh, wie hübsch. Da kommt man rüber. Oder ist da noch eine Glaswand und ich seh sie einfach nicht? Ne, da ist keine Glaswand. Gut, wie kommen wir jetzt da hin? Da können wir da... Ne, Portale können wir nicht auf die andere Seite setzen. Wie sollen wir da hinkommen? Ah! Da ist auf jeden Fall eine Glaswand, die etwas brüchig ausschaut. Hä, aber wie sollen wir uns jetzt da dagegen katapultieren? Da drüben ist ja keine Portalwand. What the f... Vielleicht kann ich's doch so machen. Moment. Lass mich das mal ausprobieren. Ne, da krach ich nur. Wow! Nein, 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 nein. Immer wieder da dagegen. Warte mal, wenn ich jetzt während dem Flug... Ne, hä? Hä? Okay, lasst mal erstmal weiterschauen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon fast alle Kammern. Da ist aber noch eine... Ah, Moment. Da war ich noch nicht drin. Wow. Schaut ja auch krass aus. Okay, lasst mal gleich hier ein Portal einfach so aus Jux und Tollerei setzen. Was ist denn da? Moment, springen wir erstmal runter. Was haben wir denn hier? Da ist der Ball. Da ist eine Lichtschranke oder so eine Lichtleiter. Zack. Okay. Da müssen wir irgendwie durch. Da können wir uns ja katapultieren, oder? Beziehungsweise können wir die Lichtschranke nutzen. Um da rüber zu kommen. Ich muss nur schnell genug sein. Okay, so nicht. Moment, rollt der da runter. Nein! Ohohohoho. Ah, nein! Was hast du getan? Okay, geht das schnell genug? Achso, Moment. Ich kann den da runter rollen lassen. Nein! Hahaha. Verdammt. Kann ich den Stoß geben oder so? Das wäre jetzt cool. Ich laufe den jetzt einfach gleich hinterher. Nein! Nein! Sagt mir, dass es da einen einfacheren oder besseren Weg gibt. Gibt. Gibt, genau. Ich den jetzt da? Achso, den kann ich da. Nein! Nein! Öhh! Nicht gut. Aber Moment, kann ich den aus der Luft mir holen? Ne, kann ich nicht. Es muss doch so funktionieren. Ganz ehrlich. Okay, so nicht. Wartet mal. Wenn ich schnell genug wäre... Moment, das... Gelb. Okay, nein, so nicht. So funktioniert das nicht. Da könnte ich natürlich auch setzen. Halt mal, wenn ich es hoch genug setze. Ich habe es ja vorher nicht hoch genug. Genau, warum habe ich es eigentlich... Moment. Ich kann es ja viel höher setzen. Ha! Meine Güte. So. Okay. Und... Go. Ha! Er ist drüben. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir auch noch rüber. Nein! Hui! Hey, wie komme ich jetzt wieder darauf? Da. So, und die nächste Kugel gehört uns. Plopp! So, jetzt nur nicht wieder... Hier versagen. Schnell, 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 schnell. So. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs brauchen wir. Oh, ich habe gedacht, wir brauchen nur fünf. Tja. Gut, Moment. Dann müssen wir doch da hinten irgendwie... Ja, okay, da sind ja auch Portalwände. Wir könnten theoretisch hier auch den Laser benutzen. Ne, können wir nicht. Den können wir ja niemals da reinleiten. Hm. Was fehlt uns denn jetzt noch? Uns fehlt das da. Und... Da drüben noch eins. Was waren da? Bin ich da vorher noch gar nicht reingewuselt? Moment. Ach, da waren die Sentries drin, genau. Aber... Wie soll ich die denn fertig machen? Soll ich den Laser benutzen? Ne, da komme ich nie hin. Vielleicht Schnelligkeit. Okay, ich schaue mich nochmal ein bisschen um. Vielleicht kann ich dir irgendwie mit ein paar Portalen verwirren. Ist irgendwas, wo ich die kaputt machen kann? Nein. Warte mal, warte mal. Wow, 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 wow. Ganz easy. Wow. Nicht gleich übertreiben. Ich brauche irgendwas, wie ich sie kaputt machen kann. Oh, verdammt, die trifft mich ja von hier. Mist. Ja, aber... Ne, mit dem Laser komme ich da nie hin. Oder doch. Da bräuchte ich aber jetzt dann beide Cubes. Okay, ne, an beide komme ich nicht ran. Der eine muss ja da drin bleiben. Außer ich benutze den... Ne, es geht auch nicht. Es geht nicht. Moment, vielleicht doch. Nein, nein, nein. Springen wir gelernt sein. So. Okay, der Laser ist drin. Wäre noch mehr schlecht als recht. Hey. Ah, nein. Okay, nee, das funktioniert nicht. Muss ich nochmal den Winkel ein bisschen korrigieren. Ich könnte natürlich... Nein, nein, nein. Wenn ich den jetzt ganz an die Wand klatsche. Das scheint mir so doof. Aber ich probiere es jetzt trotzdem nochmal. Weil es wäre halt richtig grandios. Huh. Ups. Ne. Ja, jetzt. Nein. Schluss damit. Oh oh. Miep. Ähm. Die bemerken mich nicht, oder? Ich stehe hinter denen. Könnte mich gar nicht sehen. Tschüss. Hey, aber hier ist gar kein Cube. Äh, kein... Oh, nee. Nein. Keine gute Idee. Vielleicht mal da hoch schauen. Guck, guck. Äh. Wo ist denn hier der... Da drüben ist der. Oder? Moment. Da müssen wir rauf. Wie soll das funktionieren? Nein, 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 nein. Ich bin gar nicht da. Ihr seht mich nicht. Nein, nein. So, ich muss da hin. Ich muss irgendwie da rüber. Wow. Hä? Ach, da oben kann ich auch ein Portal setzen? Haha, vergesst es. So. Ha. Ich weiß noch nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Verrückt. Schnell rüber. Okay, der Laser hat uns wirklich nichts gebracht. Schade. Okay. Ach. One last to go. Da drüben, genau. Das war dieser komische Scheibenraum. Müssen wir uns jetzt auch noch damit ein bisschen umeinander ärgern. Süßü. Nananana. Okay. Wie machen wir das? Wir haben eigentlich nichts zur Verfügung. Wir müssen uns irgendwie da... Wie soll ich mich da durchkatapultieren? Funktioniert nicht. Oder reicht es, wenn ich so schräg irgendwie da mich dagegen katapultiere? Kann ich irgendwie schlagen? Nee. Das Portal näher setze. Oh. Oh, verdammt. Okay, so nicht. Höh. Nein. Ich bin verwirrt. So. Ah. Was? Ernsthaft? Jetzt hänge ich hier fest. Ich will da hinschlagen. Ey. Es funktioniert nicht. Vielleicht wenn ich... Vielleicht wenn ich... Nein. Ich muss so einen seitlichen Schwung reinbekommen. Aber wie? Oder reicht es, wenn ich... Kann ich auch so eine... Funktions... Äh. Funktionswand sage ich schon fast. So eine... Normales Glas zerstören. Das probiere ich jetzt mal aus. Okay. Nein. Das funktioniert nicht. Ich muss schon das dann benutzen. Aber wie? Wie soll es funktionieren? Wie soll ich da so einen Drall reinbekommen? So kann ich nur... Mich da dagegen katapultieren. Okay. Hä? Ich verstehe es nicht. Impossible. Ne, ne, ne. Hä? Irgendwas muss ich ganz schnell machen. Aber ich weiß... Nein, das geht nicht. Hä? Kriege ich hier irgendwie einen Laser rein? Mensch, ich probiere mal einen Laser aus. Wir müssen ihn halt dann direkt in die andere Richtung leiten. Ich bin mit meinem Laser bestimmt, dass es was ganz anderes ist. Und ich versuche es einfach wieder mit irgendeinem verrückten Schmarrn. Dafür brauchen wir aber beide. Mal wieder. So. 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 Numero deux. Hüpf. Oh. 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 Nein. Au. Ah. Nein. Ich habe mich ehrlich umgebracht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Was für ein Mist. Ich war gerade zwischen dem Laser und dem Cube einfach... Oh. Hey. Eingesperrt. Das wäre jetzt lustig, wenn wir wieder von vorne anfangen hätten müssen. Also nein, wäre nicht lustig gewesen. Das wäre überhaupt nicht lustig gewesen. Aber trotzdem. Allein der Gedanke ist verrückt. So. Wir kommen da hin. Okay. Das muss doch funktionieren. Bitte Laser. Moment mal. Wie soll ich das überhaupt... Wie soll das funktionieren? Ich muss es denn ja auch schon irgendwie schräg einleiten. Vor allem geht dagegen gar keine Portalwand. Moment. Ich muss den Laser nochmal umfunktionieren. Beziehungsweise umstellen. Okay. Am besten so da einfach. Genau. Perfekt. So könnte das funktionieren. Vielleicht. Hä? Jetzt was. Okay. Äh. Nein. Nein. Fast. So auch nicht. Oh, bei mir hat es gerade geklingelt. Einen Moment, Freunde. Ich bin gleich wieder da. So. Da sind wir wieder. Zurück in unserer Lieblingsmap. Haha. Nee. Moment. 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 Das funktioniert vom Winkel nicht. Nee. Das gibt es ja nicht. Jetzt bin ich direkt ein bisschen außer Atem hier. Zwei Stockwerke rauf und runter gerast. Hm. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Damn it. Habe ich irgendwas übersehen? Moment. nochmal den Laser ein bisschen umsetzen. Vielleicht kann ich den nochmal irgendwie in einem anderen Winkel da einleiten. Aber nee. Da ändert sich nicht groß was. Äh. Das ist bestimmt wieder irgend so ein Jump. Irgende so eine Jump-Lösung. Und ich weiß es einfach nicht. Weil ich einfach noch nicht eingefleischt genug als Portal-2-Spieler bin. Nochmal. Äh. Nee. So nicht. Jetzt muss doch... Das geht mit. So wisst ihr was? Ich spoilere mich kurz bevor unsere Folge jetzt 30 Minuten lang wird. Und bin gleich wieder da. Also da sind wir wieder. Und meine Güte ist schon wieder so ein verrückter Mist, was ich jetzt gerade wieder gesehen habe. Aber wenn das jetzt funktioniert... Weil anscheinend ist da oben so ein Loch drin. Das habe ich gar nicht bemerkt. Oh. Ups. Und da kann ich dann drüber schießen. Meine Güte. Das ist eigentlich echt einfach. Man muss halt aufpassen, gell? Ja, ja. Nein. Das war nicht gut genug. Nochmal. Ich habe es geschafft. Wow. Und wir sind drüben. Sehr schön. Okay. Jetzt darf ich... Moment mal. Könnte ich mich hier theoretisch jetzt einsperren? Nee, könnte ich nicht. Da drüben geht es ja weiter. Oh. So. Perfekt. Und damit gehört der letzte Ball uns. Zack. Na, na, na. Nicht rumsposten, ey. Hier. Oh yes. Ey, wie komme ich jetzt darüber? Kann ich da einfach hüpfen? Jetzt müsste ich mich umbringen oder so. Das wäre einfach der größte Fail. Hü-hü-pf. Und hui. Auf geht's. Eigentlich ne echt schöne Map. Einen Daumen hoch gibt es auf jeden Fall. Und ja, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall wieder mal eine richtig krasse Runde. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.